Willkommen zum Astral Tutorial. Heute geht es um die Zeichentools beziehungsweise die Freihand Zeichentools, denn Formwerkzeuge sollen erst in Zukunft noch folgen. So, wir finden dann unsere Zeichentools hier unten in der Quickbar bei dem Pinselbutton hier und unsere Spieler, die können natürlich auch zeichnen. Die finden den an anderer Stelle. Ich gehe mal in die Spieleransicht. Die finden den hier links unten über ihrem Spielermenü, diesen Button. Den sehen wir jetzt nur nicht, weil wir als SL angemeldet sind. So, ich aktiviere den mal und dann sehen wir, da tauchen auch schon verschiedene Buttons daneben auf. Und hier sehen wir die Farbauswahl. Da klicken wir mal drauf. Da können wir jetzt ein paar Einstellungen machen. Hier sehen wir die eigentliche Farbauswahl. Da können wir den Farbbereich hier festlegen. Und wenn wir das gemacht haben, können wir unten drunter in dem Kästchen dann auch noch mal ganz genau die Farbe auswählen. Hier unten, wie gesagt, da sehen wir immer die aktuell ausgewählte Farbe. Wenn wir die jetzt hier ändern, sehen wir das hier auch sehr schön. Ich mache mal einen anderen Farbbereich hier. Dann ändert sich das immer. Dann sehen wir ganz genau, welche Farbe wir hier ausgewählt haben. Gut, wir nehmen mal so ein schönes Blau und dann zeichnen wir einfach mal ein bisschen. So, ein Strich, zwei Striche, drei Striche. Ihr dürft von mir leider nichts erwarten. Ich bin alles andere als ein guter Künstler. Was wir uns vielleicht merken sollten, wenn wir 1SL jetzt hier zeichnen, dann sehen die Spieler die Zeichnung erst, wenn ich den Mausbutton wieder loslasse. Wenn ich die Zeichnung also hier beendet habe, diesen Strich, vorher nicht. Wenn ich den letzten Zeichenschritt wieder rückgängig machen möchte, kann ich den Button hier unten benutzen. Undo den Pfeil und dann wird immer der letzte Zeichenschritt rückgängig gemacht. Wenn ich alle meine Zeichnungen auf der aktuellen Karte löschen möchte, dann benutze ich hier einfach den Mülleimer und dann sind sie alle weg. So, wir können hier noch ein bisschen mehr einstellen, außer dem Farbbereich. Wir können hier noch die Pinselgröße einstellen. Wir haben jetzt so eine mittlere Pinselgröße. Wir nehmen vielleicht mal hier so eine ganz kleine Pinselgröße. Sehen wir hier sehr schön. Oder auch eben eine ganz große Pinselgröße. Dann wird der Strich richtig dick. Gut, wir können außerdem für unsere Farben noch Transparenz einstellen. Momentan werden die ja nicht transparent dargestellt über den Schieberegler. Hier geht das aber, wenn ich den nach links schiebe, beziehungsweise umso mehr ich den nach links schiebe, umso transparenter wird die Farbe. Ich mache es mal so in die Mitte. Dann sehen wir das hier sehr schön. Da ist jetzt hier eine Transparenz mit drin. Außerdem können wir statt mit Farben, Moment, ich mache mal die Transparenz wieder aus, auch mit Effekten malen. Aktuell ist hier Brush Color ausgewählt. Wenn wir daneben mal auf Brush FX klicken, dann haben wir hier verschiedene Effekte mit denen wir malen können. Wir haben jetzt hier den Nebel und den zeigen wir einfach mal. Wir machen das mal so und dann können wir tatsächlich mit Effekten malen. Das kann in der einen oder anderen Situation ganz nützlich sein. Da müsst ihr einfach ein bisschen kreativ sein, wie ihr das einsetzt. Ist aber eine schöne Sache. Worauf wir dabei achten sollten ist, dass wir, wenn wir mit Effekten malen, das immer in einem Zeichenschritt machen sollten. Ich lösche das nochmal. Wir sehen das nämlich, wenn ich hier zeichne, in einem Zeichenschritt, dann wird das hier alles schön gemacht. Wenn ich jetzt aber aufhöre und nochmal neu anfange, mal hier so drüber, dann sehen wir, ist das quasi wieder eine eigene Zeichnung und wird auch hier von der alten Zeichnung unterbrochen. Fließt dann nicht mehr ineinander über. Das wollen wir eigentlich verhindern. Deswegen immer hier schön in einem Schritt malen. Wir gucken uns noch mal einen anderen Effekt an. Vielleicht hier Feuer können wir ganz gut verwenden, wenn wir einen Waldbrand darstellen möchten, wo die Spieler nicht mehr lang können. Ihn den Weg abschneiden zum Beispiel. Dann können wir das hier machen mit Feuer. Oder auch hier mal vielleicht noch der Space Dust. Das ist vielleicht ein schöner Hintergrund für Raumkämpfe, Weltallkämpfe, mit Raumschiffen irgendwas. Da kann man auch noch schöne Sachen machen. Der ist etwas dezenter. Sehen wir hier sehr schön, was sich da tut. So, ich habe mal wieder alle Zeichnungen gelöscht und ein kleiner Tipp. Wenn ihr die Zeichenwerkzeuge aktiviert habt, denkt daran, wenn ihr fertig seid, die wieder zu deaktivieren hier. Sonst wundert ihr euch nur, warum ihr statt einen Charakter auszuwählen irgendetwas zeichnet. So, wir haben hier noch einen weiteren Button. Diesen hier, Drawing Permissions, die hat auch nur der SL. Und das sind tatsächlich rechte Einstellungen für die Zeichenfunktion. Ich klicke da mal drauf. Und hier können wir dann zum Beispiel, da sehen wir erstmal alle im Spiel befindlichen Teilnehmer. Hier bin ich, der Phalon und der Orko ist auch mit dabei. Und wenn ich jetzt neben einem Namen hier rechts auf Clear klicke, dann werden alle Zeichnungen dieses Spielers auf der Karte gelöscht. Ist quasi genau hier dasselbe wie der Mülleimer, nur kann ich das eben hier nicht nur bei mir machen, sondern auch alle Zeichnungen eines anderen Spielers löschen. Außerdem sehen wir hier links neben dem Namen jeweils noch so einen kleinen Pinsel. Und wenn ich bei dem Orko da mal drauf klicke, dann werden dem die Berechtigungen zum Zeichnen gestrichen. Der darf jetzt also nicht mehr zeichnen, kann es auch nicht mehr. Erst wenn ich hier wieder drauf klicke, der Pinsel wieder erscheint, der Name nicht mehr grau hinterlegt ist, dann kann er auch wieder zeichnen. So, das war es dann auch schon für heute. Ich hoffe das Video hat euch wieder gefallen. Wie gesagt, die Formwerkzeuge sollen noch kommen, auch ein Radiergummi soll noch kommen, der ist ja auch noch nicht mit dabei. Ich wünsche euch jedenfalls wieder viel Spaß beim ausprobieren und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.